Die Andacht zum Tag aus den Pfarrämtern in Grünstadt Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Hier spricht Ulrich Konrad aus Kirchheim. Drei Uhr in der Nacht. Ich liege wach in meinem Bett und komme nicht zur Ruhe. Kopfkino. Kennen Sie das? Tausend Gedanken gehen mir durch den Kopf. Ein Blick auf den Wecker. Um sechs Uhr dreißig muss ich wieder aufstehen und der erholsame Schlaf will einfach nicht kommen. Am Abend davor, nach der Arbeit, hatte ich noch etwas ferngesehen. Während der Sendung bin ich eingeschlafen und dann ins Bett gegangen. Eigentlich müde genug, um gleich weiter zu schlafen. Aber dann im Bett, wieder Kopfkino. Und vorbei war es mit der Müdigkeit. Also hoffen auf ein erprobtes Mittel, um einzuschlafen. Ich nehme mir ein Buch und beginne zu lesen. Die Augen werden langsam müde und die Buchstaben beginnen zu verschwimmen. Buch weglegen und Licht aus. Doch das Einschlafen gelingt nicht. Kopfkino. Kopfkino. Tausend Gedanken halten mich wach. Das wird wohl wieder eine kurze Nacht. Irgendwann schlafe ich dann doch ein und schon meldet sich der Wecker. Vorbei mit der Nachtruhe. Und gerade jetzt könnte ich noch etwas Schlaf gebrauchen. Doch es hilft nichts. Die Arbeit ruft. Also Frühstück. Der Kaffee tut gut. Und da steht auch schon unser Hund vor mir. Stella will raus. Sich entsorgen. Das klappt wie immer meist schnell. Ich bringe meiner Frau noch einen Kaffee und verabschiede mich bis zum Abend. Ganz plötzlich, wie aus heiterem Himmel, erinnere ich mich an ein Lied aus dem Gesangbuch. Die Strophen kommen mir in den Sinn. Und wie ich so in Gedanken vor mich hinsinge, merke ich, das passt. Ein Lied gegen das Kopfkino. In der Nacht, als ich wieder wach im Bett lag, habe ich es still vorgesungen. Abend wartet, bald kommt die Nacht. Schlafen geht die Welt. Denn sie weiß, es ist die Wacht über ihr bestellt. Einer wacht und trägt allein ihre Mühe und Plag. Der lässt keinen einsam sein, weder Nacht noch Tag. Die Strophen sind wie ein Gebet. Dass die Sorgen und Ängste, die mich plagen, ausspricht. Ja, aus mir heraus spricht. Sie werden dadurch nicht weniger. Aber ich fühle, dass ich damit nicht alleingelassen bin. Denn siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Wir beten, guter Gott, du bist da, immer, am Tag und in der Nacht. Auch dann, wenn wir uns verloren fühlen. Wenn wir gefangen in unseren düsteren Gedanken sind. Dein Wort will uns daraus befreien. Hab Dank dafür, dass wir das immer wieder erleben dürfen. Danke für die Menschen, die in wunderbarer Weise solche Worte des Trostes in Verse fassen können. Danke für die Menschen, die dazu eine schöne Melodie finden. Seid gesegnet. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und helfe euch und der ganzen Welt zum Frieden. Amen.